Jetzt habe ich endlich Maiglöckchen. Das wünsche ich mir schon seit Jahren. Das sind, vergiss man nicht, und eine Brille. Das wachst also, ich hätte das nicht so zusammensitzen sollen. Dann habe ich noch schön vermisches Grask gekauft. Jetzt sind wir schon, eins, zwei, drei Knospen, oh da kommt noch eine vierte und eine fünfte. Mehr werden es nicht. Dann wartet die Tulpen, die sind ja auch noch viel in den Rasen. Jetzt ist es also schön gelb. Nachdem das Braue weg ist, ist er jetzt gelb und weiß. Dann kommt die Kranstel. Ziegt die Kranstel gering. Der ist ein Schamm mit der Kranstelgeläufe. Vielen Dank.